Ich habe hier ein Notebook mit einem Inside BIOS und möchte hier gerne Secure Boot deaktivieren, weil ich sonst nicht vom Stick booten kann. Aber ich kann hier nichts einstellen. Warum nicht? Ganz einfach, ihr müsst ein Supervisor-Passwort setzen. Machen wir jetzt mal hier schnell 1, 2, 3, 4. Und schon können wir hier die Secure Boot-Einstellungen ändern. Ihr könnt danach, wenn ihr fertig seid, das wieder so ändern, wie ihr es haben wollt und euer Passwort hier natürlich auch wieder entfernen. Und natürlich nicht vergessen, das Ganze dann auch zu speichern.